mal im geisterjäger willkommen hier bei viele schleimereien also ist alles wirklich ganz fürchterlich und ich moment wir müssen jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen sauber machen ihr wisst ja ich bin ganz vorbildlicher geisterjäger ich mache immer schön sauber und das müssen wir auch machen weil wir jedes mal in diesen stein treten das ist richtig kacke aber ich habe keine angst mehr also brauche ich eigentlich auch nicht nur amerikanisch zu sprechen und das ist und singen schon gar nicht das mache ich ja nicht angst dann gehen wir es mal hier hoch ist auf jeden fall eine schöne stahl trevede dann gehen wir noch mal an wenn ich schon da ist neben sich anbietet mit nutzen schaut man alles voller flusses kann ich ein bisschen aufräumen oder das ist das dauert jahre wie das alles weggeschleimt haben kriegen wir nicht so ok was ist das auf jeden fall einer wo irgendwie eine ähnliche fücher sind im moment und wir müssen auf den grünen wir müssen ein bisschen schleim ich freue mich das geht sonst gar nicht anders was alles voller schleim ich bin ein geisterjäger und alte fakten einfach einfach wir brauchen zwar nicht aber ich will das ist das super stein stimmen getrelle ich habe es nicht lesen können barbershop 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 er müsste winston alles grüße hier im barbershop kommen und besuch mal barbara und hier kommen wir nicht durch da müssen wir mal dann müssen wir mal zurückgehen überall schleimereien wie geht es denn hier ja 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 ich versuche doch ich bin hier schon am alter ich bin ich muss doch weg machen ja winston was mal aber dann über anstrengend bloß nicht mehr kolleginnen das ist ein pack egal werden das ist ein ich bin der einzige profi seine ich bin der einzige profi hier freunde auch vielen dank für deine hilfe winston das war sehr nett von dir das ist ja schon wieder mittendrin dann noch kollege meint sie machen sonst die alter das ist ich habe ich habe den weg man auch schon mal direkt eine in die fresse verpassen das ist so oh 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 ein rollendes fass das war der tropfen der das fass zu überhauen so hier geht es noch höher okay gehen wir mal höher das ist hier schon ein bisschen schleim der schandorkult hat hier echt verrückte experimente durchgeführt mhm das kann man so sagen das ist kein schleim das ist nur schleim kein schleim es gibt blauen schleim lila schleim gelben schleim aber jeder geist hier drin ist mit schwarzem schleim überzogen wo durch wird der generiert wo kommt der nur her jahr okay oh das sieht ja cool aus aha wird uns oh 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 pass auf über dir ja ja das ist ja 80 jahren tot sind hat ihre laune in keiner weisen verbessert ja 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 Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen rumschleimen, ne? Also nicht, nicht jetzt, äh, ne? Ich muss noch lüften. Ich weiß nicht, wer von euch mich in diese Kiste gesteckt hat. Aber ihr schuldet mir alle eine Entschuldigung. Das ist wohl wahr. Schrappen wir uns nicht. Ahaha! Das war ein Fehlergeist! Shando ist nicht hier, um dir jetzt zu helfen, was? Alter! Was ist das? Was ist das? Mal sehen, wie es dir gesellt ist, in einer kleinen Kiste zu leben, Amigo! Da hast du eine Falle dabei, Winston! Oh, wie viele kommen denn da? So, Schnauze voll hier entlüften und jetzt machen wir hier mal, ne? Butter bei den Fischen! Wupp die! Ja, es geht alles ein bisschen schneller, ne? Das Grüne ist zwar echt ganz cool, aber ja, über mir. Über mir ist gar nichts, Alter. Über mir sind die Sterne. Die Prammen! Die lassen es aber krachen! Ja, ja, ja. Die lassen es auch krachen. Dumm, dumm, dumm! Lauf! Deckung suchen! Deckung suchen! Die machen die Jungs hier fertig! Deckung suchen! Die haben die Jungs hier auf jeden Fall geführt, ne? Pass auf! Über dir! Hast du gesehen, wie ich ihn weggeballert habe? Oh! Komm, Winston! Halt drauf, Kollege! Ich sag dir und sage immer noch! Oh, oh! Oh, oh! Oh, wieso, wieso? Das ist... Oh, wie viele kommen denn hier noch von mir? Die Jungs! Okay, ich hab den Jungs geschossen, Scheiße! Okay, den hab ich auch lieber gut zersendet, das ist prima! Pass auf! Übe dir! So etwas macht sich sehr positiv in deiner Personalakte. Ich glaube, im Hauptquartier werden ein paar Leute große Augen machen. Ja, ja, das ist doch... Okay, das wollen wir wahrscheinlich gar nicht näher wissen. Ich glaube, ich höre euch, Leute. Ja, das führt sich wie meine Ausrüstung an. Ihr kommt näher. Okay. Eden? Können wir uns irgendwie anhalten? Aber es läuft so schön. Oh Gott, hier können wir alles wieder voll Schleim. Oh Gott, hier geht, hier geht, hier geht. Nee, da kommen wir besser nicht hin. Das schauen wir besser nicht hin. Ist das Schleim? Das ist Schleim. Okay, Moment. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal wieder... Erstmal wieder ein bisschen cleaner spielen, ne? Sonst kommt ihr ja nicht wirklich weiter. Nirgendwo hinkommen wir sonst. Cleaner. Ich bin hier nicht cleaner. Ja, 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 ja. La, 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 la. Uh, no. Well, well. Okay. War das everything gekleant? Oh, hier ist glaube ich noch ein bisschen zu clean. Okay, ich glaube, wir haben ganz gut gekleant. Winston. Oh, hier muss ich noch clean. ich bin der sauber meint, ich bin der sauber meint. sauber, sauber meint. lalalalalala ja ja, Eck entlufte, Eck entlufte. so, Winston. was war das? was? wer war das? was war das? Mist, das tut mir leid. meinst du? holt mich hier raus, ich will nicht von schwarz im Schleim gefressen werden. Igen, halt durch! wir sind fast bei dir. jetzt schon, genau jetzt. Kollegen, jetzt. danke, das wird positiv in deiner Personalakte. das habe ich heute schon mal gehört, ja, ja. das war etwas zu viel Stimulanz. hast du Venkman gesehen? na ja, weißt du. hast du nach ihm gesucht? na ja, weißt du. das Meter zeigt an, dass er irgendwo in dieser Richtung ist. oh, wir sind dort schon wieder. oh Gott, oh Gott. ich glaube da müssen wir alles zu machen weil sonst 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 kommen die dauernd wieder ich mache immer wieder den kleiner freunde hinkern hier wo auch immer ist mir egal wir müssen erstmal machen sonst kommen die dauernd wieder kümmert euch um die freunde und ich bin erledigt wo 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 sind sie wo sind sie sind wenn ich die jetzt nicht kriegen und dann ist alles da sehe ich ein lauf 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 und jetzt hier sind wieder ich habe eine fiese aber also ich habe gerade den arsch gerettet jaja jetzt wird er nicht gescannt jetzt wird er geschossen aber hier gehen ganz klar auf das coole zeug das ist irgendjemand der fliegt das ist das ist nach hinten ich habe jetzt vor da was zu tun ich glaube ich habe ihn geknallt wir müssen jetzt erst mal hier in die wände ich muss meinen hut vor schandor ziehen dieses labor wurde vor wie lange zeit gebaut wirklich beeindruckend offenbar war schandor der paraphysiologische experte seiner zeit bleibt im lichtigen ich versuch's ja winston sollten wir versuchen peter zu finden oder wir haben ihn vermutlich hier irgendwo eingesperrt da schreibt er da hat er ganz gut was was ist das was ist das ja ein bisschen hilfe ja wo 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 man ich glaube ich höre ihn hat jemand pause gesagt ja das ist weg ganz klar also wollen wir das absolut wirklich wir brauchen unsere volle stärke um diesen knoten zu deaktivieren perfekt ich habe das gefühl das blatt wendet sich zu unseren monsten such den mandala knoten und schalt ihn ab dann dürfte sich jemand furchtbar ärgern peter da ist er hey ich habe zu tun muss leute treffen können wir hier raus ja prima ich bin froh zu hören dass es peter gut geht oh scheiße was machen die denn die werte sind so hoch wie in der bibliothek als wir rüber gegangen sind ich denke man kann mit sicherheit annehmen dass die maschine an der wir arbeiten nicht zu guten zwecken errichtet wurde es ist ein planetarium ein gerät das man gewöhnlich benutzt um planeten konstellationen voraus zu sagen hier scheint es jedoch dimensionen auszurichten ich für meinen teil will nicht dass die dimensionen ausgerichtet werden nicht zu kurz vor weihnachten ja das würde den feiertagen einem dämpfer verpassen wie schalten wir das ding an die bewegung dieser geräte scheint eine art von energie zu erzeugen ist aber schwer zu sagen was passiert wenn wir diese dinge anhalten ich kann 54 mögliche ergebnisse dafür berechnen drei davon überleben wir das ist besser als unser normaler durchschnitt leider hast du da reicht dann tun wir es mal ich glaube wir müssen jetzt hier anscheinend stabilisiert die bewegung dieser kugel die innere struktur was passiert wenn sie sich nicht mehr bewegen bisher war diese insel ein vergnügungspark für den schleim schnapper warum sollte sich das jetzt ändern genau schleim schnapper schleim schnapper setzt diese kugeln fest man ich bin ein schleim schnapper ja du hast es geschafft warum wollen leute die schlau genug für wissenschaft sind immer das universum übernehmen gegen irgendwer dachte ich mir moment diese planeten richten sich aus ich bin nicht sicher ob das der sicherste plan ist ich glaube wir haben die quelle des schwarzen schleims gefunden so genau wollte ich das nicht wissen ich glaube ich auch nicht der ganze raum füllt sich los weiter hoch also dann gentlemen es ist offiziell das war eine schlechte idee ok dann sollten wir jetzt wahrscheinlich irgendwie hier hoch oder so ne ja ja kommt da einer hinterher miteinander jetzt kommt der schlam jetzt kommt der schlam aha wir sind auf der flucht von der schlam deswegen wir fahren und jetzt wir gehen jetzt hier noch irgendwie höher Freunde wieso seid ihr schon oben Peter können wir was machen jetzt hier was 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 war das jetzt jetzt kommt das große finale oh der gestank ist ja furchtbar riecht wie der folgen fischmarkt nach der belieferung moment ich kenne diesen mülleimer eine eiternde masse aus hass zorn und wut nicht unbedingt eine frohe natur was jetzt kommt der teil bei dem wir tun was wir tun und jetzt kommt der teil in dem ich tue was ich tue in dem ich die folge ausklingen lassen ich äh mein gott da steht uns ja ein ziemlich krasser kampf bevor meine lieben leute vielen vielen dank fürs zuschauen und in diesem sinne ab und ich ich weiß nicht wie ich das schaffen soll aber wir werden schauen liebe leute macht es gut bis äh zum nächsten kampf dann tschau tschau oh ja geisterjäger 45 holt sich